Ja, Schwangeren ins Krankenhaus fahren, das ist nie so zeitkritisch. Guck mal, übrigens haben wir Pätze gewechselt. Ja, Arbeitszeit und so. Nicht länger als vier Stunden am Steuer. Gehen wir jetzt noch zusammen ins Theater vorher? Ja, ein bisschen Kultur. Da oben links steht einer am Fenster. Genau, das ist das Kleingeld hier aus dem Hut, welchen ich ablenke. Also das ist wieder Sachen, die nur ich kann. Ich unterhalte mich gerade mit denen. Was ist denn los? Ich unterhalte mich gerade mit denen. Was ist denn los? Ich kann nicht da sein, aber ich habe gesehen, dass ich ein paar ziemlich verletzt bin. Ich habe das Gefühl, ich bin nicht nur Banker. Warum? Nur weil du Menschen hast sterben sehen? Okay, sein Kleingeld ist schon mal nicht das Kleingeld, was wir suchen. Hallo. Kann ich dir helfen? Ja, ich brauche ein paar Veränderungen, um ein Telefon zu machen. Entschuldigung, aber du musst etwas kaufen zuerst. Kommen wir mal hierher und helfen vielleicht der Tuse hier. Ja, 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 aber mit Mia, also meine Hilfe will sie nicht. Es ist ein schönes Nacht, nicht wahr? Es ist es. Das ist nicht so, wie es sieht. Es ist nicht so, wie es aussieht. Warte, da sind viele Leute da. So? Ich habe nichts falsch gemacht. Ich habe ein paar Bergelehrer Tipps, wenn du willst. Nein, ich brauche keine. All right, dann. Good luck. Hm, keiner von uns kann dir irgendwie helfen. Oder wir haben die falsche Auswahl genommen. Dann mach dein Telefon-Call. Ich habe das Kleingeld. Ja. Hast du jetzt was gekauft am Kiosk? Ja, Kondome. Wir sind ja nicht inkognito hier, kein Problem. Ich habe da nur ein bisschen geklingelt. Hey, es ist Vincent. Ich habe mir wirklich geklappt. Ich bin gut. Danke. Schau. Ich werde irgendwo rum fliegen. Uh, morgen. Kannst du das funktionieren? Okay. Great. Hey, was du kostet für ein Paket der Smolk? Same wie überall. Es ist 36 Cent. Wenn? 36 Cent für einen lousy Paket der Smolk? Hey, ich kaufe gerade zu Gerätten. Ausgeblendet. Als echter Freund würdest du mitkommen und dann erfreuen, was los ist. Ich glaube, es kommt zu einem Feuergefecht. Oh ja, gerne. Oh, der T-1000. Boah, jetzt habe ich mich aber kurz erschreckt, wirklich. Ich dachte, wir hatten ein bisschen mehr Zeit. Ja. Oh, noch schlimmeres Blitz-Screens. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Get up there and I'll push you across. Jetzt wieder rüber. Denkst du, ich bin doof oder so? Vielleicht. Oh nein, die musste ich erst holen. Ich hoffe, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Immer dasselbe mit dir. Immer dasselbe mit dir. Du Idiot, der schießt auf die Scheinwerfer. Ich glaube, ich muss mir den gleich packen. Ja, es sieht so aus. Ich glaube, du musst kommen. Jetzt bist du ein echter Mörder. Du hast gezogen. Halber Mord gibt's nicht. Ich glaube, ich weiß nicht, was passiert mit dir. Aber wir müssen mit dem, was wir angefangen haben. Ich weiß nicht. 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 Dann warum du willst du wieder wegst? Das ist meine Frau. Sie ist in der Krankenhäuser. Was ist der Problem? Wir haben nur ein Baby. Das ist großartig. 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 Du bist nicht so glücklich. Ich bin glücklich. Ich bin glücklich. Es ist einfach... Es ist wirklich kompliziert zwischen mir und meiner Frau. Schau, kompliziert oder nicht, du musst nachher sehen, ein Kind. Was ist mit uns, du, ist immer dein Kind. Ich weiß. Du bist richtig. Natürlich bin ich. Du wissen, ich bin. Ja. Schau, du hast uns das Flugzeug, nicht? Ich habe. Hier ist was wir machen. Wir gehen zum Krankenhaus. Wir gehen zum Krankenhaus. Wir sehen deinen Kind. Und dann gehen wir das Flugzeug. Du bist mit mir? Ja. Ich bin mit dir. Vincent, ich muss dich auf das Ding. Du kannst mich auf. Okay, dann. Los geht's. Wo wir schon überall waren. Im Wald. Theater. Im Knast. Auf dem Klo. Auf der Baustelle. Mit Klerad unterwegs. Rafting. Bei meiner Familie. Ich bin mit mir. Ich meine... Sorry about the shit part. Ich... Ich... Ich hab nicht gesagt, in eine schlechte Weise, du weißt. Aber... Ja. Anyway. Es ist eine gute Sache, zu sehen, ein Kind zu leben. Ja. Ich kann es mir vorstellen. Was ist falsch, Mann? Was ist der Problem mit dir und deine Frau? Wir zeigen. Es wird sie nicht so weit weg. Es ist einfach so weit weg. Wir haben immer in einer Kinder. Wir haben immer drei Jahre lang. Wir haben versucht, über Jahre zu gehen. Kaatt, wenn wir uns verstandenen. Was wie eine Partie zu uns wird. Und wenn es endlich passiert, einer Tag, wenn wir herausfinden müssen, Wir haben nie so glückliches. Dann, alles ging nach hell. Und ich bin in der Präsenz. Damn. Ja. Warum wachsen unsere Bärte eigentlich nicht? Das ist wohl, dass alles innerhalb von drei Tagen passiert. Hallo, ein richtiger Mann hat ja dann schon einen Vollwart. Die Signs are so confusing. Ich weiß nicht, sie sind ziemlich straight-forward. Oh, hi. Are you my doctor? Sorry, ich bin nicht. Do you know, was du willst? Nein, ich weiß nicht. Do you know, warum du hier bist? Nicht wirklich. Do du? Was? Du solltest wahrscheinlich sprechen mit jemanden, der kann helfen, okay? Should ich? Ich hoffe, die Leute voll zu labern. Wir müssen nach oben. Ich erinnere mich, mein Kind nach dem Krankenhaus zu holen. Er war schrecklich, wie du. Er war? Natürlich. Das Krankenhaus schreckt sich aus allen. Hey, Sprache. Entschuldigung, Entschuldigung. Du bist okay, Kind. Warum willst du das Spiel beschleunigen? Ja, hier ist ein Klavier. Hast du neue Freunde gefunden? Und Feuerlöscher. Und Papierkorb. ob du ins Krankenhaus gehörst. Oh, Wo bist du denn hin? In den Elevator? Willst du nicht mit den ganzen Leuten hier noch reden? Meine Frau hat gerade entbunden, und ich möchte mit Leuten reden. Ich hatte einen Freund, der ein Hypochondriac war. Ich bin kein Hypochondriac. Du bist nicht? Oh, naja, dein Gesicht ist ziemlich schwarzen. Hä? Was? Wo? Sind du ernsthaft? Das sieht schlecht, Mann. Oh mein Gott. Ist das wirklich so schlecht? Ich bin kein Hypochondriac, oder? Wir helfen uns ja die ganzen Leute, wenn wir dann nachher fliehen müssen von hier, weil deine Frau ein Mutantenkind geboren hat. Geh weg, ich drück mal die Taste. Warte. Kennen die Leute zwei nicht irgendwo her? Oh, Justin Bieber fährt mit uns mit. Der alte Justin Bieber. Oh mein Gott, jetzt werden wir angenommen. Was stimmt denn mit dir nicht? Ich will doch einfach nur ein bisschen würgen. Hm. Hm, hm. Okay. Whatever. Lass mich doch, ey. Was stimmt denn mit dir nicht? Aber deine Gesichter sind so familiar. Ich bin sicher, dass ich dich irgendwo gesehen habe. Oh. Was nun? Ach komm. Nee, du hast dich jetzt nicht als Kopf verkleidet. Ohne Scheiß. Letztes Mal mit den Pferden war... Tankstelle? Tankstelle lief auch super. Oh, hier hinten hat jemand Krebs. Sorry about you, don't look too good as me. You okay? Well, aren't you Prince Charming? As a matter of fact, I'm dying. Deine Frau hat doch gerade entbunden. Warum sitzt du in einem Rollstuhl? Ich muss balancieren üben. Too much smoking. Yeah? They say they're a killer. Ah, Hilfe! They say a lot of things. This time, they're right. Hm. Ach, so wie haben wir euch auch mal kennengelernt. Irgendwie schon das dritte Mal irgendwie im Krankenhaus mit Lungenkrebs und beim Rauchen getroffen. My wife just had a baby. What's the name please? Uh, Carol. Already? Right, just follow me sir. Thank you. Was? Ich hab nur 10. Was soll das sein? Was? Hätte ich das gewusst, was da oben im Counter ist, hätte ich länger mitgemacht. Hey Leo. Leo. You coming? Hey Leo. Get over here. Neh. Ich muss erst dein... Come on, Leo. Was stimmt mit dir nicht? Warum musst du aus allem einen Wettbewerb machen? Das ist kein Wettbewerb. Ich zeig nur, dass ich besser bin. Genetisch überlegen im Krankenhaus. Warum hast du nur 10 Sekunden geschafft? Ich hab nicht gesehen, dass da oben im Counter mitläuft. Hey Leo. Ich würd noch in den Rollstuhl sitzen, Werder. Ob du anatomisch nicht korrekt bist. Und man kann gar nicht abbrechen. Ich muss hinfallen. Wir haben nicht jeden Tag. Ja, ich komm ja schon. Komm, Leo. Hallo. Es dauert wirklich zwei Leute, um eine Lichtstelle zu verändern? Du bist in der Union, das macht's. Und, äh, wir sind in der Union. Zwei Leute, um eine Lichtstelle zu verändern. Was ein Scham. Kein Wunder, dass das Land in der Höhe geht. Hast du nicht nichts besser zu tun? Ich wollte dir das gleiche fragen. Bitte, Leo. Wir haben keine Gedanken. Wo bist du denn? Bist du das? Hey Leo. Möchtest du nicht lieber mit mir ein bisschen Fernsehen gucken, anstatt zu deiner Frau zu gehen? Oh, guck mal, die ist auch schwanger. Möchtest du nicht lieber mit mir ein bisschen Fernsehen gucken, anstatt zu deiner Frau zu gehen? Oh, guck mal, die ist auch schwanger. Ich guck mal, wo die psychiatrische Station ist, vielleicht bist du da ja bekannt. Ach. So ein Blödsinn. Willst du dich den Ballon hier vorne mitnehmen für deine Frau? Ja, es ist zu spät. Danke. Ich hab wenigstens nur Dart gespielt, als du deine Familie besucht hast. Hey Carol. Du bist okay? Du bist okay? Du bist okay? Ich bin okay. Ich bin okay. Vincent, was du hier machst? Sie ist auch meine Frau. Sie ist auch meine Frau. Das ist, äh, Leo. Nice to meet you, ma'am. Ja. Uh, baby girl, huh? Uh, I'll leave you guys alone. I'll be waiting outside. Yeah. And, uh, congrats, by the way. Geh auf den Rollstuhl wieder. Ich hoffe, du kannst dich nur hinsetzen. Can I hold her? Okay. Jemand wollte sehen, wie ich Karten werfe. Sie ist so schön. Sie ist. Sie wissen, ich vermute dich. Vincent, bitte. Ich liebe dich so sehr. Ich muss das einfach zu Ende. Du musst mir aufpassen. Du musst mir vertraut. Carol. Was willst du mir sagen? Ich wollte dich einfach, okay? Ich werde dich einfach, okay? Punkte werden müssen. Du wirst du immer sagen. Du sagst immer so, aber du wirst du selbst getestet. Ich kann nicht leben damit. Ich will nicht damit sagen. Ich werde das passieren. Ich versuchte es. Du musst mich vertraut, Carol. Wir kriegen ein bisschen Besuch. Ähm, ja. Oh, der muss übers Dach fliehen, ich seh das schon. Du bist ganz schön gescheiter als Vincent. Du meintest wohl als Leo. Nee, ich mein schon Vincent. Nee, nee, Leo. Warum darf ich das machen? Hm. Weißt du, warum ich nicht da bin? Weil ich wie ein Held gleich auftauchen werde und dich rette. Ich hab mich jetzt mit dem X gedrückt. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Hey. Move. Get out of the way. Nein, hier ist keiner. Moritz. Moritz. Hast du nichts? Nein. Es ist alles klar. Was? Raus kann ich nicht? Ob du mich suchen musst? Ob du mich suchen musst? Oh oh. Höhenangst, Höhenangst. Du bist mit dem einst. Er ist oben da! Stop ihn! Hey, du kannst es hier. Hey! Niemand ist auf den Geordnen! Freize! Oh Mann! Ich muss dich links auf den 격nchen. Ich sag den! Ja. Das war deine erste Tipp-Aktion, glaub ich. seit einer Stunde. Ja, was kann ich dafür, dass du mal so Action-Generys aufmachst? Wie Leute verprügeln. Rund 20 Meter Stahlseil runterrutschen. Was ist das? Was ist das denn? Super Mario. Au! Er ist da oben! Nicht lasst ihn weg! Ich werde jeden von euch verletzen. Komm schon! Man sollte mich echt nur als Freund haben. Achtung, der Schwarze nimmt dich von hinten. Da ist ne Frau! Da ist ne Frau! Da ist ne Frau! Ich muss einen Weg weg von hier herausfinden. Check die Fenster! Ich weiß nicht. Ich glaube, er ist nicht so dum. Du wirst immer wissen, wie diese Fugitives sind. Ich bin nicht so sicher. Hey, du denkst du es kam durch die Ventilation? Ja, sieht so aus. So, woher ging er? Ich glaube, er schlugte und fuhr aus. Ja, er muss schnell gehen. Er sollte nicht sein, oder? Well, er ist nicht hier schlafen. Sieht so aus der Ventilation. Du denkst, er könnte verletzen? Vielleicht. Schön leises Vorgehen. Hm, ich mach wieder nur schlaue Sachen. Das ist so dumm. Geh weg hier. Geh es einfach. Fuck! Piece of shit door! Open! Boah, siehst du, mein Kopf ist in den Gang? Verdammt. Denk, Vincent, denk. Ah, Leute. Ich versuche es zu verhindern. Ja, tu so, als wenn du einfach nur jemand bist, der... Guten Abend, Frau. Guten Abend, Officer. Wir haben zwei Fugitive in dem Hospital gerade. Ich weiß, ich weiß. Mein Kollege hat mich gerade geholfen. Ich denke, es sind diese beiden in der Bibel. Ja. Habt ihr sie überhaupt gesehen? Nein. Sind sie gefährlich? Wenn du siehst, sicher, dass du sicher bist. Bleib weg. Geh weg. Geh für einen von uns, okay? Das ist gut. Ich weiß, ob es noch mehr gibt, ich kann helfen. Klar. Wir werden diese Wände nachher, so wir sind bei uns. Wenn du siehst, wenn du siehst, dass du siehst, lass uns wissen, okay? Natürlich, Officer. Danke. Bleib sicher, Frau. Du hast ein bisschen mehr Zeit mit deinem Kind gehabt, wenn wir uns rausgeredet hätten. Okay. Nicht zu der Frau gehen. Boah, der lässt sich nen Pulli an. Boah, der lässt sich nen Pulli an. wo es noch tiefer ging. Bist du mich schützt? Komm schon! Öffne! Bist du! Bist du! Bist du! Bist du! Bist du! Stopp! Bist du zu unserer Reise? Komm schon! Los geht's! Bist du! Bist du! Ich muss dir helfen. Das Auto! Ah! Ist das die Hilfe, von der du gesprochen hast? Ah, okay. Ich dachte, du fährst jetzt einfach weg. Ja. Ich zeig dir. Wie mein Auto fährt. Ich glaub, das passiert automatisch. Boah, wie wie in der Matrix. Oh, ich glaub, der Schwarze hat sich eingeschissen. Das sieht aber ziemlich aussichtslos aus. Ja. Als wollten die dich hinrichten. Ich glaub, du hast es verdient. Nein! Ja! Woman rast PEBIEN! chợ Ich bin Arroyant. Ich bin Arroyant. Ich bin erschöpter Erik knackig aus, aber.